Sektor ist klar. Gib uns alles, was wir haben! Ich bin klar! Alle Wings! Alles klar, Klone. Wenn es nach uns geht, hört der Spaß nie auf. Die Klappergestelle sind mal wieder auf Eroberungszug. Und natürlich müssen wir sie aufhalten. Zum Glück habe ich gerade Lust auf eine richtig große Willkommenspartei. Wir wurden alle für die Schlacht geboren. Ja! Einsatzstil, attackieren! Ihr wisst, wie es läuft. Besetzt diese Gebiete und geht dann an Bord dieses Schiffs. Wir müssen es zerstören. Wir haben die Kontrolle über Kommandoposten zuerst übertroffen. Einsatzstil einnehmen! Komm! Wir übernehmen die Kontrolle über Kommandoposten Crash. Wir haben Kommandoposten Crash gesichert. Wir beherrschen wir den ganzen Sektor. Jetzt nicht nachlassen. Kommandoposten Aurek ist verloren. Wir sichern Kommandoposten S. Platz nach. Raun Doku ist hier. Das Mal ist hier. Ja! Unsere Truppen haben die Kontrolle über Kommando Pfosten. Crash verloren. Wir sichern Kommando Pfosten. Crash. Meister Kenobi hat sich uns angeschlossen. Spannende Musik Wir sichern Kommandoposten Aurek. Kommandoposten Krebs liegt mehr unter unserer Kontrolle. Wir machen die Reis im Wir machen die Reise des Zahls in St. Frankreichs. Ich hab das. Nüßenkuchen. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir machen die Reise. Wir gefällt es, wie es bis jetzt läuft. Unsere Truppen bei Kommandoposten-Wash wurden aufgerieben. Einlassstiel einnehmen! Kenobi ist hier, um uns zu unterstützen. Wir sind hier, um uns zu unterstützen, um uns zu unterstützen, um uns zu unterstützen, um uns zu unterstützen. Wir kontrollieren fast das gesamte Schlachtfeld. Wir kontrollieren die Schlachtfeld. Oh, shit. Wir haben mit der Eroberung von Kommandoposten Crash begonnen. Wir haben Kommandoposten Crash besetzt. Wir behaschen das Schlachtfeld. Ihr könntet euren Hass weitaus sinnvoll einsetzen. Das könnt ihr doch sicher messen. Unsere Truppen bei Kommandoposten Crash wurden aufgerieben. Der Count hat sich gerade den Klappergestellen angeschlossen. Ich habe noch nie so verängstigte Metallgesichter gesehen. Irgendwas müsst ihr richtig machen. Kommandoposten Aurek ist nicht mehr unter unserer Kontrolle. Wir übernehmen Kommandoposten F. Das Gebiet ist so gut wie gesichert. Weitersucht! Wir erobern Kommandoposten Aurek. Wir beherrschen den ganzen Sektor. Jetzt nicht nachlassen! Das ist der letzte! Alle Mann vorrücken! Ich schicke euch jemanden, der euch zum Dreadnought bringt. Ich schicke euch jemanden, der euch zum Dreadnought bringt. Ich schicke euch jemanden, der euch zum Dreadnought bringt. Ha! Jetzt gab es die Separatisten ein Problem. Schnitt! Lauf zu unserem Transporter! Der Tag hat gerade erst bekommen! In den Transporter! Wir haben nicht mehr viel Zeit, um in den Transporter zu steigen. Los! 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 Ich wusste, ihr schafft das! Nächster Halt, Chaos und Zerstörung auf dem Dreadnought! Sobald ihr festen Boden unter den Füßen habt, müsst ihr diese Ziele finden und mit allem angreifen, was ihr habt. Sobald wir unser Einsatzziel erreicht haben, ist dieses Schiff erledigt, Jungs. Ziehen wir es durch! Unterstützung bereit! Wir übernehmen das Einsatzziel! Wir erhalten Unterstützung durch Meister Kenobi! Wir sichern das Einsatzziel! Wir werden uns übernehmen. Wir werden uns übernehmen. Wir werden ein bisschen vertreten. Wir haben uns übernehmen! Wir erobern das Einsatzziel. Geh, ich halte dir den Rücken frei. Geh, ich halte dich. Ihr macht das gut da unten. Wir übernehmen die Kontrolle über das Einsatzziel. Die Barbein ist ein Feuer. Wow. Das ist so gut. Das ist ein Feuer. Das ist der Leine von Feuer. Sagt mir Obi-Wan Kenobi, er springt Reaktor und Ruhrstärke. Die Republik attackiert das Ziel. Nahkampfangriff, jetzt! Schnell und entschlossen! Oh, bitch! Oh, bitch! General Griebus wurde gesichtet. Ruine gescannt! Ich halte das Ziel jetzt raus! Meister Kenobi hat sich uns angeschlossen. Oh! 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 Das war's! Zinnor! 1 Ich denke... Das wird in Klappergestellen gar nicht gefallen. Untertitelung des ZDF, 2020